Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Was sich in den letzten Stunden und Tagen angekündigt hat, ist nun auch offiziell, Henning Matriciani verlängert seinen Vertrag auf Schalke und das auch noch langfristig. Ihr kennt ja mittlerweile Schalke Insight eigentlich als Format, wo ich eben auch gerne alle News kompakt in einem Video bringe, aber natürlich auch jetzt, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn es was Offizielles gibt, gibt es auch ein paar Kurzvideos und ich glaube, Henning Matriciani hat es auf jeden Fall verdient, dass er komplett ein Video über sich bekommt. Denn zum einen hat er sich in dieser abgelaufenen Bundesliga-Saison als Spieler und auch als Typ sicherlich echt gut entwickelt. Viele Kritiker sind auf jeden Fall leise geworden rund um seine Person, was mich auch sehr, sehr gefreut hat und nun hat Schalke mit ihm auch noch seinen Vertrag verlängert und zwar bis 2026. Eigentlich lief ja der Vertrag vom U21-Nationalspieler nur noch bis zum Sommer 2024 und deswegen wollte natürlich auch Schalke hier ganz bewusst eine frühe Lösung haben und genau das war ja auch der klare Plan seit ein paar Tagen, seitdem auch der Abstieg fix war, dass man eben jetzt die Arbeit aufnimmt auf dem Vereinsgelände und eben auch genau solche Personalien klären möchte und deswegen hat man eben jetzt auch schon geschafft, mit Henning Matriciani zu verlängern und Peter Knebel, unser Sportvorstand, ist damit auch sehr zufrieden. Als Klub freuen wir uns darüber, wie sehr sich Henning in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird, auf und neben dem Platz und glücklich ist auch Thomas Reis, der auch nochmal genau der Trainer ist, der Matriciani in der Bundesliga auf jeden Fall echt nochmal geformt hat. Henning hat in der vergangenen Saison bewiesen, wie wertvoll er für das Team ist. Er hat sich die Vertragsverlängerung absolut verdient. Mit seiner herausragenden Einstellung, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit werden wir noch viel Freude an ihm haben. Und Matriciani selber war natürlich sehr zufrieden mit dieser Vertragsverlängerung. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und bin stolz darauf, meinen Vertrag auf Schalke vorzeitig zu verlängern. Gemeinsam mit dem Team und unseren Fans möchte ich die Aufgabe, die Rückkehr in die Bundesliga mit voller Kraft angehen. Und ich glaube, darüber sind wir Fans auch sehr zufrieden. Matriciani, der in der Viererkette oder generell in der Abwehr alle spielen kann für Thomas Reis, dort auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, sicherlich auch in Liga 2 sein wird. Bleibt also bei uns auf Schalke. Und für mich ist das auch generell einfach ein gutes Signal in der aktuellen Phase. Denn es ist ja mittlerweile auch klar, dass es Ende Juni mit dem Trainingsauftakt losgeht. Umso wichtiger eben auch jetzt gewisse Personalien zu klären. Ich denke mal, Marcin Kaminskis Vertragsverlängerung wird auch nicht mehr lange dauern. Henning Matriciani hatte schon getan und vor allem eben auch mit Blick auf Schalkes Zukunft ist das schon sehr viel wert. Denn vor allem auch Verträge, die da nur noch ein Jahr laufen bis eben aktuell 2024, müssen meiner Meinung nach auch einfach verlängert werden. Da steht auch Marvin Pieringer ganz oben auf der Agenda, weil das letzte Vertragsjahr zu gehen, würde wieder nur für unnötige Diskussionen sorgen. Und deswegen auch so oder so vollkommen richtig so diesen Vertrag mit Henning Matriciani verlängert zu haben. Drei Jahre bis 2026 ist, wie ich finde, die vollkommen logische und passendste Länge. Es wird sicherlich keinen Spieler geben, der aktuell einen längeren Vertrag bekommt als drei Jahre, weil man einfach dazu viel zu wenig weiß, was in zwei, drei Jahren auf Schalke so los sein wird. Deswegen ist das sicherlich das Maximum, was man eh machen würde. Und das hat sich Matriciani auch vollkommen verdient. In dem Sinne Glückwunsch zur Vertragsverlängerung, Glück auf und aber eben auch Danke von mir als Fan, dass man eben auch als Spieler bei uns auf Schalke bleibt. Freut mich sehr und deswegen habe ich jetzt schon Lust, Henning Matriciani in der zweiten Bundesliga wieder für uns fighten zu sehen, saubere Grätschen rauszuhauen. Vor allem auch die Grätsche im Derby gegen den BVB wird man sicherlich so schnell nicht vergessen. Und jetzt könnt immer gerne eure Meinung zur Vertragsverlängerung von Matriciani in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.